Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy 13.2 Auf dem Weg zum Portal Da ist er ja schon wieder Okay Nexus-Barriere, auch das noch Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen Wenn er dann hier seinen komischen Zerfleischerschlag macht So, okay Alles noch gut Oh, zerfleischen Und So Was ein hin und her hier So, und Doppelkampf Oh, 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 zerfleischen Okay Doppelkampf Hätte ich fast nicht aufgepasst Das wäre schlimm gewesen wahrscheinlich Also es hätte mir dann auf jeden Fall mehr Schaden gemacht So, okay Diesmal werde ich auch keinen Trank benutzen Brauchen wir ja nicht Das war perfekt Gok Magok Essenz Beta Schokobos sind Vögel, die aufgrund ihrer Größe als Reittiere dienen Saftiges Gitzerkraut ist ihre Lieblingsspeise Um auf einem Schokobo zu reiten, ist es daher vonnöten, ihn vorher mit Gitzerkraut zu füttern Das Reiten auf einem Schokobo macht die Abenteuerreise zu einer sicheren Unternehmung Da kein Monster sich traut, sich einem in Fahrt gekommenen Schokobo in den Weg zu stellen Drücke L1, um wieder abzusteigen Okay Da stand noch etwas, aber das habe ich leider aus Versehen weggedrückt Aber das ist ja nicht so schlimm Wenn es was Wichtiges ist, dann Dann kann ich das nachholen Mit dem könnte ich halt schneller wieder zurückkommen Aber wir wollen ja jetzt hier mal weitermachen, ne Portal Wenn du mit Noel das Portal Durchschreitest Kommst du vielleicht nie wieder zurück Bist du bereit aufzubrechen Ich bin bereit Ja, ich bin bereit Ich bin bereit Es ist nicht ein Traum oder ein Lied Ich weiß, dass meine Freundin alive ist Ich bin froh, dass ich dich verletzt Ich bin froh, dass ich dich verletzt Ich muss mich wissen, wie schlecht es kann dich fühlen, wenn niemand glaubt, was du sagen Okay Snow put all his trust in me Now it's my turn to do the same for you I've made up my mind You and I We go together I won't let you down We'll find Valhalla, I promise So You're not gonna say goodbye? There's no need There's no need We already have, sort of We do that Quiet Lightning's knife It's been sharpened and cleaned Hey, shut up Look, my pendant has a brand new chain Shh I'm okay And Snow was purring like a kitten Someone gave him a good brushing Quiet Hey Why don't you guys go fess up? What? Go on You too Hey, Sarah I figured no way you're leaving the pendant behind So I made a chain, you know So you wouldn't lose it If Lightning is alive out there Wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon You know her If you leave, someone's gotta pick up the slack looking after Snow So I volunteered myself Thanks guys It's time for me to go I don't know what's waiting out there In the future, between worlds But I wanna see Lightning so much If there's any chance Any chance at all I wanna take it You can go But you have to come back in one piece Promise? I promise If I believe Maybe a miracle will happen The future won't change until you make the first step You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do This is the first time I've opened a gate myself Guess we'll just have to find out Hey! What about Sarah? I'll protect her I promise you I vow never to let her come to harm I don't But... Trust me For Sarah's sake I... I guess this is it Guess so Looks like the future starts now I'll be back Sarah Sarah, you set out on your journey for my sake You believed in a promise You believed in a future you could not see I will keep fighting here At the end of the world I know you will come I believe in you Sarah This place is incredible It's the Historia Crux The crossroads of the time continue So this is how you were able to travel backwards from the future? Right Just floated through this nowhere space And now it's your turn The Chronosphere is difficult to find out The Chronosphere is a place spread out We have different sorts of areas to seize capazany versuchenissez They are unlike penocate with Compass and Navigator and the Yong courtesy energia They are the mission of the time of space ItТ rook their mission from the space series Look at this point Let's decide We do with the spot Do market Life With the port Find the's system And tiens besuchten Orten zu gelangen. Neues Zeitportal geöffnet. Im Spiel kannst du zur Chronosphäre zurückkehren, indem du den Pausenbildschirm durch Drücken von Start aufrufst und dort Zurück zur Chronosphäre auswählst. Diese Option ist nicht immer verfügbar. Das Spiel speichert dabei automatisch den aktuellen Fortschritt. Die Zeit bleibt an diesem Ort stehen, sodass andere Orte besucht werden können, um zu einem späteren Zeitpunkt die Reise am zuletzt gespeicherten Ort wieder aufzunehmen. Von jetzt an gelangt man beim Laden gespeicherter Spielstände immer in die Chronosphäre. Dort kannst du Zeit und Ort wählen, um die Reise an der gewünschten Stelle fortzusetzen. Ja, im Moment können wir noch nicht weit. Hier ist Neobodum und hier haben wir jetzt die Brescher Ruine und oben auf der Kartenansicht sieht man ja, wie viele verschiedene Zeitzonen da noch auf uns warten werden. Und 160 Fragmente gibt es insgesamt zu finden. Und ja, ich bin gespannt, wie wir uns so schlagen werden. Ich habe das Lösungsbuch hier. Ich habe es allerdings jetzt bisher die ganze Zeit noch nicht aufgeschlagen von meiner Nase rumfliegen. Gegebenenfalls gucke ich, wenn ich mal irgendwo mir nicht sicher bin, was ich machen soll oder sowas oder was ich brauche, um gewisse Gebiete da oben auf der Kartenansicht freizuschalten, also gewisse Zeitsphären, dann würde ich ins Lösungsbuch gucken. Ich denke, das ist auch verständlich und in Ordnung. Und jetzt schauen wir erstmal, was die Brescher Ruinen so sind und was wir da machen. Ich speichere allerdings erstmal. Wo ich gerade sehe, dass ich speichern kann, sollte ich dann vielleicht auch mal speichern. So, dann würde ich sagen, los geht's. the Easy path, Humanity has chosen to build a society based on human technology, rather than relying on the falce, a provisional government has replaced the sanctum and a scientific organisation, calling itself the Academy, searches ruins for ancient technological secrets, one such site is the shore of Lake Brescia where a giant war weapon has been Ich bin unearthed. 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 Also gegen einen Arm. Ist das nicht schön? Ich wollte schon immer mal gegen einen Arm kämpfen. Oh, Blutschaden. Dieses Monster führt Attacken aus, die Blutschaden hervorrufen. Blutschaden führt zu einer Verringerung der Maximal-TP, welchem nicht mit Heiltränken kuriert werden kann. Ein anhaltender Blutschaden kann verheerende Folgen haben, wenn sich der Kampf in die Länge zieht. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Und es wurde jetzt nicht gesagt, was man dagegen machen kann, gegen Blutschaden. Also so wenig Schaden, wie wir hier gerade machen, wir sollten den echt mal hochkriegen. Noch mehr Blutschaden. Noch mehr Blutschaden. Ach du meine Güte. Das ist natürlich schlecht mit dem Blutschaden. Aber was soll ich tun? Ah, okay. Ich glaube, ich habe es. Aktionsmodus. Okay, nochmal. Hab's doch noch nicht. Zu früh gefreut. Oh Mann. Verdammt. Er macht wieder Blutschaden. Okay. Yeah. Okay, und weiter gegen das Patschehähnchen. Oh, er ist ja im Schockmodus. Moment dann, lieber Doppelkampf. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch mehr Blutschaden, verdammt. Komm schon, wir haben es gleich. Und? Erster Schlag. Nur haut doch. Sehr schön. Das war's. Okay. Hostile located. Engage at will. Paradox effect confirmed. Targeting Atlas. Sehr schön. Aktionsmodus perfekt. Woo. Yeah, wir haben es geschafft. Sehr schön. Oh, come on, Ernie! Oh, come on, Ernie! That was exciting. Guess it's over. Huh? It's the army! Kupup! Friends of yours? Attention intruders! Surrender immediately! Kupup! Kupup! Oh Mann, na toll! Wir wurden direkt mal gefangen genommen. Super! Ist ja ein toller Einstieg hier, ne? Das hat etwas zu tun mit diesem Paranox-Event. Huh. Think I might have caused it? We're going to find out. We're going to find out. You're being detained as potential Suspects in the unsanctioned activation of Atlas. Come with me. And no funny business. Ich hab doch gar nichts gemacht. Lächeln hilft also. Okay. Wenn er meint. Ist denn hier noch irgendwas? Vielleicht eine Kiste oder sowas? Oh, da, aber auf der anderen Seite. Die Tür ist verschlossen. Das ist sehr schade. Na gut. Dann gucken wir mal bei Noel. Was ist denn hier? Etwas an dieser Welt ist anders. Mal sehen, welche Vermutungen Noel anstellt. Was war das für eine riesige Hand? Was ist ein Paradox-Effekt? Warum sind wir hier gelandet? Was ist eigentlich die Akademie? Oh, so viele Fragen auf einmal. Okay. Noch eine Frage beantwortet er mir leider nicht. Wir wurden von Soldaten der sogenannten Akademie inhaftiert. Die Wache besitzt sicherlich wertvolle Informationen. Was ist die Akademie? Wieso werden wir festgehalten? Was ist hier überhaupt los? Ich habe Hunger. Gib mir Essen. Ich habe Hunger. Okay. Ähm. Was ist die Akademie? Eine Frage. Was ist die Akademie? Ähm. Die Akademie wird die Menschen ausfällig. Die Akademie wird die Akademie inhaftiert. Wie weiß das? Hey. Sie zwei kamen auf dem Grand Elevator? Huh? The Grand what? Sarah, was du sprachst? Er könnte sprechen über den Elevator, der soll sich mit Cocoon und Pulse verbinden. Aber es wird immer wieder gebaut. Es wird in der nächsten Jahr fertig sein. Du bist verletzt, Frau. Es wurde letztes Jahr gemacht. Uh, letztes Jahr? Der im Bau befindliche Lift ist in dieser Welt bereits in Betrieb. Wie ist dieser Widerspruch möglich? Trügen mich meine Erinnerungen? Ist das hier eine andere Welt? Ist das hier die Zukunft? Zukunft. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist Lydell. Ich bin ein Academy Intern. Ich habe gehört, dass du unsere zwei Observers bekommst hast, also hier bin ich. Observers? Ja, das sind die Mitglieder der Academy. Ich habe sie vorgestellt, aber ich habe sie vergessen, dass sie ihre Kommunikation haben. Zurück ein bisschen. Diese Leute, diese Observers, sind sie VIPs? Na klar, kein Problem. Ich vergesse gerne. Das ist eine gewisse Energie, die Zeit selbst verbreitet. Die Dinge, die hier nicht existieren, sind neben den Garten. Die Dinge, die nicht passieren, sind passiert. Sie nennen dieses Phänomenon den Paradox-Effekt. Und wenn man sich daran denken, das Wort könnte auch an unsere Existenz in dieser Zeit. Flucht. Wie will ich dich finden, wenn ich nicht, wann oder wo ich werde? Ich werde dich auf die nächste Seite kommen. Rain. Oh. Ich versuche euch beide mit Calm-Devices. Hier bitte. Danke, für eure Hilfe. Ich war nur gefragt, haben wir uns vorher noch nie gesehen? Oh, nein. Entschuldigung über all diesen Observer-Ninsensens. Glücklich für uns, dass dieser Soldier so schnell, glaube ich. Du bist eine Freundin von Sarah? Ich habe dir gesagt, das war ein Cover. Ich bin nur ein Trainier, der es groß macht. Aber wieso sagt sie dann, sie würde mich kennen? Also, unsere Sarah hier. Verstehe ich nicht. Naja, ich folge ihr einfach mal. Beziehungsweise, ich würde sagen, ich mache mal wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.